Es mag eine ehrenvolle Aufgabe sein, aber naja. Ethan? Ethan! Ethan Forrester, Lord of House Forrester. Den spielen wir jetzt, alles klar. Ich konnte ihn nicht finden. Könntest du? Ich bin nicht so gut. Er schlucht sehr gut. Und wenn du es so smart wäre, er sich selbst herausfühlt. Ich mag nicht mehr diese Spiel. Vielleicht hat er etwas passiert. Ethan ist gut. Er hat nur vergessen, dass das Spiel ist. Ich gewinnen! Herzlichen Dank, Lordship. Es ist nur ein Spiel, Ryan. Es ist ein Spiel. Es ist ein Spiel, Ryan. Es ist ein Spiel. Ich mag es nicht. Er hat Angst, dass du weg bist. Ich dachte, dass du nie wieder findest. Ich bin hier. Und ich versuche, ich bin nicht mehr zu gehen. Ich wünsche Mirra. Und Asha. Und... Und Roderick. Ich bin auch. Aber Mirra ist in King's Landing, und... Wann sie nach Hause? Nein! Ich möchte sie auch nicht sterben. Ryan, sie ist perfekt sicher. Ich versuche dir. Ich möchte Gerard auch nicht sterben. Maester Ortengrin sagte, er wurde nach der Wur. Oh, Miss Gerard. Er war schön. Gerard ist stark. Er kann sich ausführen. Niemand wird mir sagen, was Gerard getan hat. Aber es muss sein. Ich hörte Duncan und Sir Roiland sprechen. Sie sagten, jemand wird hier kommen. Sie sagten, jemand kommt hier, für Revenge. Jeder ist über dich. Aber ich bin nicht. Ich weiß, dass du uns beschädigst. Wer sagt, sie sind über mich? Na, Sir Roiland, für ein. Er sagt, du kannst nicht kämpfen sehr gut. Was? Er sagt, du bist ein Milchsop. Hm. Sir Roiland verletzt sich selbst. Ich weiß, was er sagt. Ich kann dich beschädigen. Was bedeutet Milchsop? Ich weiß nicht. Aber ich weiß, dass es nicht gut ist. Ethan, du solltest du dir zeigen, wie du ein Wälder. Wie ein Mann. Er hat Roderick und Asher. Er hat sogar mir gezeigt, wie ich kämpfe. Ich meine, richtig. Ein Herr sollte wissen, wie kämpfe. Ich weiß nicht, wie wir hier waren. Ich weiß nicht, wenn wir hier waren. Wenn wir alle hier spielen waren. Du, mich, Roderick, Asher. Wir waren hier für Stunden. Ja! Wo war ich? Du warst noch nicht. Wir hatten so viel Spaß. Aber dann... dann alles verändert. Roderick wurde so ernsthaft. Der Lord in Training. Und er hat noch nie wieder gegründet. Und Asher... Asher hat einfach Angst. Bei allem. Ich versuche mir, dass du nicht so bist. Bitte? Du bist nur dich. Ich mag dich, wie du bist. Ich weiß, dass ein Herr hat viele Verantwortung. Aber du musst nicht so sein. Ich muss mich ändern. Ich würde mich ändern. Ich würde lieber einen Bruder haben als ein Herr. Ich würde mich ändern. Ich würde mich ändern. Ich würde mich ändern. Aber... ...seins du bist der neue Herr, ... kannst du alles, was du willst. Ich denke. Jeder wird es tun, wie du sagst. Also... ... ich kann alle die Schmerzen, die ich will. Wenn es nur so einfach wäre. Es wäre schön, wenn jemand etwas gemacht hat, was ich für einmal. Wie viele, wie du möchtest, ja. Wirklich? Natürlich. Warum nicht? Erstmal irgendeinen Quatsch erzählen. Herr Ethan, du bist in der großen Halle. Richtig. Auf deinen Fuß. Tja, dann muss der gute Ethan mal gehen. Was ist das Problem? Herr Whitehill ist gekommen. Unerkannt und sicherlich unerwartet. Er hat jetzt die Verpflichtung. Die Verpflichtung. Kann er mit Duncanen treffen? Er ist der Kastellin. Bleib mit uns. Bitte, Ethan. Er hat eine audience mit dem Herrn. Wir müssen wirklich gehen. Es ist deine Entscheidung. Du bist der Herr. Wenn ich der Herr wäre, ... ich würde mich sagen, Ethan zu bleiben. Mit seiner Familie. Wir erinnern mich noch an. Besser ist er auch. Tja. Dann. Wollen wir doch mal. Ich weiß zwar nicht, was er da jetzt so unbedingt machen will, aber ... Ich glaube kaum auch, wenn er jetzt ein Lord ist, dass sie ihm den gebürtigen Respekt entgegenbringen, weil er ist halt immer noch ein Kind. Es wird sie nicht sonderlich interessieren, dass er Lord ist. Aber ... das weiß man nicht. Das werden wir jetzt erfahren. Ich habe ihn gesagt. Sie haben ihn gesagt. Sie haben ihn gesagt. Herr Whitehill ist in der Lath. Ich glaube, Sie erklären zu Herrn Eithin, warum sie hier sind? Sie wissen, warum sie hier sind. Ich habe ihn gesagt. Herr Whitehill weiß, dass er das Schuier zu diesem Haus ist. Oder war, ich glaube. War. 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 Herr Eithen, mein Herzlichen Glückwunsch für dein Vater und Bruder. Herr Eithen, was nicht ein Freund zu mir, oder mein Haus. Aber zu seiner Familie ist es immer noch ein Loss. Ich bin nicht da, dass ich den Dagger in seinem Herz bin. Ich bin für dieses Jahr all mein Leben. The foresters finally get their due. I may be young, but I'm not so easily fooled. They're trying to rile me, but it won't work. Young? You are that boy. Too young to know when you're in over your head. And no bread and salt! What kind of fucking house receives a lord with no fucking bread and salt? You bloody amateur. No courtesies. I should have expected as much. Bloody foresters. Calm yourself, old man. You little fuck! That's how you talk to a lord. You foresters have shit on us for generations. Well, now the Starks are no longer around to have your back, are they? We're the power in the north now. Roose Bolton is the warden of the north. Aye. And we've been his bannermen for five fucking centuries. You cunt. Lord Ethan, you're losing control of this. We all serve House Bolton now. I'm not finished. Maybe if you hadn't been so fucking greedy with the ironwood, things would have been different between us. You squandered your share. Our share was taken from us. We had no fucking choice but to harvest what was left. What is it you want, Lord Whitehill? Ach, der Arsch schon wieder. Your man, the squire. We were minding our own business. Keeping the king's peace, as his lordship here said, when your man attacked us for no reason. Hear that? Attacked for no reason. That's not how it happened. And you admit, it was your man who killed my men. And a pig farmer at that. How do you answer for your squire, Lord Ethan? He acted in your name. So, erstmal ne Gegenfrage stellen. We lost people too, Lord Whitehill. Your men murdered his entire family. You lost pig farmers, not soldiers. The soldiers worth a hundred of their type. Where's the fucking coward who killed my men? I know he's here. What have you done with him? We haven't seen him. He was never here. You little liar. I will find him. By the gods you better hope I do. Because if I don't, I'm holding you responsible. And you'll answer for what he's done. I'm not leaving until I have my justice. Now bring me the coward who did it, or you'll answer to Roose Bolton. What kind of fucking house is this? A house of honorable men. Lady Forrester. You bellow like a wounded boar, Lord Whitehill. Have you forgotten your manners? I mean no disrespect to you, my lady. Considering your losses and all. But this... This is not over. It's over when my son says it is. This is over, Lord Whitehill. Ethan is Lord of Ironwrath now. By rights, his word is law here. If that displeases you, then I trust you can find the door. That lad may be lord of this... house. But Lord Bolton will have the final say. I'll send him a raven letting him know a Forrester man killed one of his own. That the new Lord Forrester lied to my face and denied me my justice. Then we'll see who's word is law. Do as you like, Lord Whitehill. Um es euch da jetzt groß zu sagen, ne? Keine Ahnung, ob ich das gut gemacht hab. Aber es ist niemand gestorben. Aber er wird es noch. Hoffe ich. Puh. Ja, ich denke mal, das haben wir aber relativ gut gemeistert. Gehen wir jetzt noch nach King's Landing?